Hallo zusammen und willkommen zu einem super coolen Excel Power Query Tipp, den ich heute für euch habe. Und bevor ich es vergesse, wenn ihr mehr zu dem Thema sehen wollt, dann zwei Dinge. Zum einen, bitte gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat und bitte abonniert auch den Kanal. Vielen Dank dafür. Also, dann lasst uns loslegen. Die Idee ist jetzt heute folgendes und zwar, ich habe hier eine Liste. Das ist diese hier und die geht entsprechend hier von A bis Q, die könnte aber auch länger gehen. Wichtig ist, wir haben in unserem Beispiel eine Spalte und in dieser Spalte haben wir eben dann verschiedene Einträge. Jetzt möchten wir das Ganze in eine neue Struktur bringen. Das heißt, unser Ziel ist es jetzt hier, immer vier Werte hier rauszunehmen, also zuerst die ersten vier, dann eben die nächsten vier und so weiter. Und das Ganze dann hier in vier jeweilige Zellen reinzuschreiben. Also, wir wollen quasi diese Liste aufteilen, sodass wir immer, die ersten vier stehen dann hier, die nächsten vier, also dann entsprechend hier von F weitergehen, stehen dann hier. Und weil ich es gerade sehe, wenn ihr euch fragt, wo fehlt, wo ist denn hier das D? Also, ich sehe hier A, B, C, D, E. Das D fehlt irgendwie. Ja, das liegt daran, dass ich anscheinend nicht fähig bin, das Alphabet hier richtig abzutippen. Okay, so viel dazu. Aber spielt jetzt keine Rolle. Aber auf jeden Fall, das ist unser Ziel. Also, eine Liste hier aufzusplitten, sozusagen, und daraus eine neue Tabellenstruktur zu machen, indem wir immer vier Werte untereinander schreiben. Und übrigens, ihr könnt diesen Trick auch anwenden, wenn ihr sagt, ich möchte zum Beispiel dasselbe auf zehn zählen oder eben sowas abwenden. Also, spielt gar keine Rolle. Die vier ist jetzt nur ein Beispiel. Okay, dann lasst uns loslegen. Dafür benötigen wir Power Query, weil ich hatte ja gesagt, es ist ein super cooler, wie ich finde zumindest, Power Query-Tipp. Das heißt, was wir tun ist, wir gehen jetzt hier über den Reiter Daten. Ja, und da haben wir ja Daten abrufen. Und das können wir hier auch eben aus Tabelle oder Bereich. Wir haben jetzt keine Tabelle hier, aber die wird Power Query für uns automatisch formatieren, sobald ich hier draufklicke. Also, wir werden den Bereich auswählen. So, kurz einen Moment, da ist er auch schon. Und jetzt quasi Überschriften hat meine Tabelle zumindest nicht. Also, kann ich sie hier direkt mit OK bestätigen. Und dann öffnet sich hier eben der Navigator für uns. Jetzt müssen wir ein bisschen M-Code schreiben. Aber keine Angst, es ist nicht viel. Und das können wir eben auch direkt hier oben drin machen. Also, standardmäßig ist das Ganze eine Tabelle. Deswegen steht hier auch Table.transformColumnTypes. Also, Table heißt, das ist eine Tabelle. Unser erster Trick ist, oder der erste Schritt im Trick ist, dass wir das Ganze in eine Liste umwandeln. Also, Liste ist auch ein Datentyp, den es gibt. Und wenn wir auf Transformieren gehen hier, gibt es eben die Möglichkeit, in Liste konvertieren. Und zwar die Spalte, weil die gerade ausgewählt ist. Ist auch unsere Einzelne. Einzige. So, ich klicke mal auf In Liste konvertieren. Jetzt haben wir das Ganze als Liste. Sieht man hier auch, sieht ein bisschen anders aus. Und jetzt können wir hier reingehen und eine Listenfunktion anwenden. Wir können jetzt hier nämlich reinschreiben, List Punkt und jetzt entsprechend Split. Also, es gibt List Punkt Split. Und dann können wir sagen, wir möchten diese Liste aufteilen. Und dann sagen wir hier einfach eben in wie viele, also wo möchten wir sie aufteilen? Naja, ich hatte ja gesagt, immer nach vier Einträgen. Also schreibe ich hier eine 4 rein. Das ist meine Page Size. Wenn ihr jetzt sagt, zum Beispiel, ich möchte das nach 10 haben, dann entsprechend müsstet ihr halt eine 10 eintragen. So, dann schließen wir das Ganze und dann drücken wir einfach mal in dem Fall auf hier diesen Haken. Und jetzt sehen wir schon, dass wir hier diese Liste in mehrere kleine Listen aufgeteilt haben. Und wenn ihr mal daneben klickt, aufpassen, nicht auf die Liste selber, sondern daneben, dann seht ihr auch so eine kleine Vorschau. Und wir sehen hier A, B, C, E. Und dann geht die nächste Liste weiter mit F, G, H, I. So haben wir das also jetzt aufgeteilt. Unsere lange Liste immer in vier kleinere Teile. Das ist der erste Schritt, den wir brauchen. Und jetzt machen wir folgendes. Wir wenden jetzt eine andere Funktion hier an, indem wir Power Query dann sagen, wir möchten jetzt diese vier Einträge als vier neue Spalten haben. Also eine Art von Transponieren, wenn man so möchte. Und das machen wir, indem wir jetzt hier davor schreiben, Table Punkt, und jetzt gibt es hier From Rows. Also Table Punkt From Rows ist die Formel, die es da gibt. Das heißt, ich schreibe jetzt hier mal rein. Und packe dann eine Klammer drumherum von unserem Listort Split. Das ist eben das zweite, was wir schon getan haben. Und jetzt packen wir hier auch nochmal die Anzahl der neuen Spalten hinzu. Und da wir hier vier Einträge haben, machen wir es natürlich auch so, dass wir ebenfalls vier neue Spalten erzeugen. Das heißt, wir schreiben hier eine 4 rein, schließen das Ganze dann, und dann sind wir auch schon fertig. Also wir brauchen zwei Funktionen. Erst List Punkt Split, nachdem wir, wichtig nochmal, unsere Tabelle in eine Liste konvertiert haben. Und dann sagen wir eben, wie viele Einträge, also wo soll die Liste gesplittet werden. Und als zweite sagen wir dann, jetzt bauen wir daraus wieder eine Tabelle und konvertieren die Liste in neue Spalten über Table.fromRows. Und wenn wir das jetzt auch mal bestätigen, mit hier diesem Pfeil, jetzt sehen wir, wir haben jetzt hier unsere vier Spalten. Die haben jetzt hier halt keinen Namen, die kann ich jetzt natürlich bezeichnen, wie ich möchte, und auch einen Datentyp hier zuweisen. Und wir sehen A, B, C, E, und dann geht es weiter mit F, G, H, I und so weiter. Und jetzt könnten wir das Ganze auch reinladen. Also ich kann hier auf Schließen und Laden klicken, dann warten wir kurz, und jetzt haben wir hier unsere neue Tabelle. Das heißt, wir haben jetzt hier die Tabelle 1, das war die Ausgangstabelle, und die haben wir jetzt eben transformiert, und die sieht jetzt genauso aus. Also, das ist der, wie ich finde, super coole Power Query Trick. Und ich sage es bewusst, weil ich habe nämlich solche Sachverhalte schon öfter gesehen, dass da so eine Liste ist, und man möchte die ganz gerne aufteilen irgendwie. Und standardmäßig geht das mit den Power Query Optionen erstmal nicht, aber eben mit diesen beiden Formeln können wir uns behelfen und dann so ein Ergebnis da rausziehen. Und das ist natürlich auch vollständig quasi über die Query quasi dynamisiert und automatisiert, weil wir ja einfach über dieses Aktualisieren klicken, wenn wir entsprechend die Tabelle 1 ändern und dann auch hier entsprechend Tabelle 2 unsere neuen Einträge sehen. Gut, das war es dann für das Video. Also, ich hoffe, es war hilfreich und hat euch gefallen. Probiert es gerne selbst mal aus mit einem Datensatz. Vielleicht habt ihr ja auch einen Anwendungsfall. Und ansonsten, wie immer, wie schon gesagt, wenn ihr es noch nicht getan habt, ich freue mich über einen Daumen nach oben, und ich freue mich auch, wenn ihr den Kanal abonniert. Vielen Dank dafür, bleibt gesund und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, alles Gute!